Und das Ganze, ihr seht ja, finde ich ziemlich clever, kommt in so eine Art Pizzaschachse. Ja, hallo, Dirk Brandt hier für den GearCheck, für den Podcast Schlagabtausch, den ich zusammen mit meinem Kollegen Timo Ickenroth durchführe. Und heute habe ich etwas Besonderes für euch. Und das ist vielleicht echt, wer noch gar nicht so weiß, richtig, was soll man sich zu Weihnachten denn wünschen lassen? Das ist eine ziemlich coole und clevere Idee aus dem Hause Musikwein. Musikwein, was haben sie gemacht? Sie haben ein sogenanntes Snare-Paket für Schlagzeuger erstellt. Und ich habe vor kurzem schon mal so eine Art kleines Mini-Teaser-Unboxing-Video in der Podcast, Schlagabtausch-Story hochgeladen. Und das Ganze, ihr seht ja, das finde ich ziemlich clever, kommt in so eine Art Pizzaschachse. Da hat man alles drin, was man braucht, um seine Snare-Drum auf den Neuesten und Modernen stand zu bringen. So, ich öffne das Ganze jetzt mal, damit ihr live damit beiseit, was denn da drin ist. Also, ich habe erstmal eine Anleitung dafür in der Art. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Das heißt, was alles drin ist und was ich denn dafür brauche. Das Wichtigste erstmal, ich habe einen Drumkey der Firma Snare-Wade dabei liegen. Und zwar, der wirklich schnell und ergonomisch funktioniert. Dann habe ich, was man ja braucht, einen neuen Spiral-Teppich der Firma Cold Drumheads. Dementsprechend auch natürlich, ich mache das mal jetzt hier so zu, Dementsprechend auch natürlich Fälle. Und zwar habe ich ein Code Drumhead-Fell Boomer bei Nico McBrain. Was also hier mit einem, das seht ihr hier hinten, mit einem Power-Dot versehen ist. Und dadurch Langlebigkeit garantiert. Es ist hier aufgeraut, wie das Ganze klingt. Es ist ein dickeres Fell. Das hören wir nachher noch. Dann habe ich dementsprechend dazu, um meine Snare-Wade natürlich richtig zu pimpen. Denn das Resonanzfell vergisst man doch sehr häufig. Schaut mal hier. Also ein dünnes Fell. Und dann habe ich auch noch gleichzeitig, um die Snare-Wade abzudämpfen, diese kleinen Moon-Gels der Firma Airtom. Was auch noch mit beim Snare-Care-Paket dazugehört, sind diese Nylon-Tension-Rod-Washers der Firma Denmar. Sie sind hier in Weißgein. Die gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Und zwar, die finde ich ganz wichtig. Das ist so ein kleines Gadget, was man gerne vergisst, wenn sich die Snare sehr leicht verstimmt. Oder man hat, was ganz schnell so rascheln, rasseln kann, wenn man Metall-Unterlegscheiben hat. Diese Dunmar-Washers sind aus Kunststoff. Da heißt es ja schon Nylon-Tension-Rodgers. Und die halten wirklich die Stimmung. Also, die gehören mit dazu. Und ich bin gespannt, wie das Ganze gleich klingt. Also, es ist alles dabei, was ich jetzt machen werde. Da erspare ich euch dann einfach das Zuschauen. Das könnte man jetzt als Zeitraffer machen. Ich mache es einfach so. Ich habe hier, schaut mal, eine doch sehr alte Snare-Drum aus einem Hause, die es so gar nicht mehr gibt. Das ist eine alte Snare-Drum von SSD. Die Firma gibt es heutzutage gar nicht mehr so. Die hat schon ziemlich gelitten, das Fair-Snell. Hallo? Ihr hört schon. Diese Snare muss gepimpt werden. Und da kommt mir doch das Snare-Care-Paket von Musikwein richtig. Ich schalte mich jetzt kurz aus. So, ich habe jetzt das Snare-Care-Paket von Musikwein komplett auf meiner Snare-Drum aufgezogen. Das heißt, ich habe die Fälle gewechselt. Vorne ist das Boomer Nico-McBrain-Fell. Dann seht ihr schon hier hinten auf der Rückseite das Code Drumheads Genetic 3 Resofell. Dann der Code 20 spiralige Snare-Drum-Teppich. Dann haben wir an den Stimmschrauben von Dunmar diese Nylon-Tension-Washers und die sind wirklich sehr stimmenstabil. Und dann haben wir natürlich auch noch den Stimmschlüssel, mit dem das Ganze geschehen ist und das Moongil, was gleich zum Einsatz kommt. So, jetzt hören wir mal erst und ihr merkt, die Snare ist, ja, das ist eine ganz komplett neue Snare-Drum. Ganz wichtig, es geht nicht darum, wie die Snare-Drum jetzt klingt, sondern einfach dieses komplette Snare-Paket, welches sich hier beim Musikwein in dieser Pizzaschachtel, die Idee finde ich wirklich einfach originell, wie gleich Schlagfell, Resofell, Snare-Drum-Teppich, Nylon-Tension-Washers, Moongil und ein Stimmschlüssel. Das heißt, man kann wirklich loslegen und man kann die komplette Snare-Drum neu pimpen. Wie die Snare-Drum klingt, das hört ihr jetzt mal ganz kurz. Das heißt, von eben ganz normal. Also, auch die Code-Drum-Heads, wirklich eine ganz neue Geheimwaffe. Dieses hier nochmal ist das Nico McBrain Boomer Signature-Drum-Head, das gibt es natürlich für die Toms auch. Ich habe es nur auf der Snare-Drum hier jetzt drauf und zwar mit einem Reverse-Dot. Das heißt, was der Snare-Drum mehr Punch, mehr Langlebigkeit bietet, das Snare-Fell besteht aus 0,33 mm Mylar. Das ist also, wie gesagt, eine andere Folie, die ist ein bisschen dicker, weil Nico McBrain kommt ja schließlich auch aus dem Metal-Bereich. Aber ihr merkt selber, die Snare spricht unheimlich klar und deutlich an. Und für mich eine absolute Empfehlung, auch hier der Stimmschlüssel für das Snare-Wade. Ich habe selber die Snare-Wade selber zum Abdämpfen der Snare. Also ein super Stimmschlüssel, der super in der Hand liegt. Und jetzt, ihr habt das gerade gehört, wie die Snare-Drum klingt ohne Dämpfung. Jetzt habt ihr ja noch dabei Moongil, wenn man sagt, ich möchte ganz gerne sehr, sehr schnell einen ziemlich tiefen Sound haben. Oder ich möchte die Obertöne mehr killen, weil hier ist die Snare-Drum so gelassen, wie sie natürlich ist. Das heißt einfach, jetzt hört ihr nochmal die Snare mit einem Moongil oben auf. Machen wir mal erstmal eins. Ihr merkt auf einmal sehr trocken, der Sound. Noch einmal ohne. Mit Moongil. Also, für mich ein absolut rundum-sorglos-Paket aus der Pizzaschachtel Snare Care vom Music Mine. Und wenn ihr noch ein neues Weihnachtsgeschenk sucht, kann ich euch das einfach nur ans Herz legen. Die Pizzaschachtel.